Der heutige Beitrag hat zwar nicht direkt etwas mit der Modellbahn zu tun, aber so eine Museumsbahn, betrieben mit historischen Fahrzeugen, wäre doch ein prima Vorbild. Nachdem es sich hier um ein Überraschungsgeschenk handelte, hatte ich natürlich kein Stativ dabei. Andererseits ergänzten die bewegten Bilder den Sound von der Lok ganz wunderbar und ich finde, das Feeling kommt so perfekt rüber. Also, Lautstärke hoch und viel Vergnügen! Die Bewegung 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.